Uwe Kolbe, Durchspülung im Randbereich, über Zeichen. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht-ehrenvollem Gebrauch zu machen? Römer, Kapitel 9, Vers 21 Die Fotos des Tags vom Burschenschaftsdenkmal hoch über Eisenach, der hingebreiteten Stadt. Hinweisschilder gab es kaum, wie das Ding erreichen, ob es auch gut zu erkennen war von überall her. Auf dem Weg hinauf zu queren war die Hundewiese, standen Bänke mit der Spur von Nacht und Nebel. Schließlich vor dem Aufgereckten, vor den Fratzen, steilen Vögeln, vor dem Zungenkuss der Kaiserzeit, Ehre, Freiheit, Vaterland im Reigen um die Kuppel, in den Lettern noch die Sezession vor hundert Jahren, deren Tänze droben in den frisch erneuerten Farben. Fetzen der Gespräche, wie sie junge Männer führen, die mit ihren flinken Rädern angereist und nun betroffen, falls das Wort noch zu gebrauchen, umhergehen. Salte rückwärts heißt die Übung und gestanden. Drüben steht die Wartburg wie der Traum, geträumt, zuletzt von einem Adelssohn des schönen Weimar. Hierseits prangt das Einsame, das Obdachlose, Schicksal blankgezogener, nackter Größe. Armer Zarathustra, hat dein Wort da mitgebaut, hast es nicht mehr hindern können mit Gelächter. Erben, Erben sind wir herer Zeichen. Diesen Erben seht ins Unterholz, ins lebendige Grün entweichen. Uwe Kolbe, Durchspülung im Randbereich, gelesen von Helge Heinold. Aus Der Augenblick nennt seinen Namen nicht. Die Wartburg-Tagebücher, erschienen bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus- oderökter,cled Aus- oder Aus- Der Aus- Kadern Ere Aus- Aus-